da war eine leiter drin ich schaff es nicht mehr dominik doch sie ist was ich meine mit schiff klappt nicht immer wieso okay ich mache jetzt hier draußen wettrennen wer es als erst schafft hat es als erstes wie bitte er bekommt eine 10er was nein 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 geschafft dominik wo seid ihr noch im haus wie viele leben hast du noch genug auch kacke wenn ich jetzt hier runter falle ist tot na könnte sein nein alter weh das hat jetzt die grow aufnahmen beschädigt die aufnahme weil ich zu oft shift gedrückt habe wurde der bildschirm verändert die das format um feststellt hast du mit dem weißt du was ich meine dominik ja dieses fünfmal ich mache schon mal den nächsten checkpoint auf wenn ich allein wo gut gut well that is one way to get to me minecraft am pc an das sieht nicht ist nicht ganz so gut drin alle no diamonds okay wo hier gibt so viele spitzhacken ich nehme mal ein paar spitzhacken mit dafür tue ich die ich habe den game board geben ich komme mal zurück solche gibt glaube ich kein checkpoint hat es geschafft wo fällt man runter ich habe einen Moment ich bin mal ganz gut da nein warum nur ich mache Spaß doch nein also du hast auch nur Wichser ne ne doch nicht ne doch nicht wo seid ihr wo seid ihr meine sachen aussammeln wo sind deine sachen wo sind deine sachen da sind deine sachen runter gefallen nein ich habe den allerletzten sprung verkackt Alex ist mal sagen schon böse da muss man sagen kann man auch als aufgeben bezeichnen wenn du das komplett machst meinetwegen gebt auf meinetwegen gebt auf ich habe das aber gut geschafft grad warte das wird glaube ich so keine fresse ja meinetwegen die nicht zu vergessen meine fresse verdammt ich bin ja ich warte auf dich, ich habe nur gerade was gebaut ey, ich... ich... people are really bad at hiding keys wo bist du, Dominic? boah, warte, warte einen Moment place key here oh, wieso bin ich creative? weil ich es gemacht habe warum? guck mal, was ich gebaut habe wo du? was heißt das? AIDV machst du es mal nicht nur Adventure Map? hm? nicht nur Adventure Map machen warum? also, das war meine Map, ich würde es blöd finden ja, komm ey, wie muss man da hinkommen? äh, wohin? ne oh, das stimmt so so so, ich hab mit dem Game-Out auch gettet Dominic, ich nehm dir mal den Game-Out-Bett fliegst du nach rum oder ist es ok? ja, ich flieg noch rum! Wo bist du gerade? Ich bin wieder da. Wer tut sich da die ganze Zeit weh? So, ich geh weiter. Boah, die Kisten hier sind ja alle leer. Ach, ist wirklich alles leer. Ich hab schon durchgekuckt. Hier, das sind Goldspitzhacken. Ja, ich hab mir Eisenspitzhacken genommen. Ich auch. Still no diamond? Wir müssen jetzt echt alle Öfen durchgucken. Ich fang rechts an, Dominic. Ja, wo seid ihr? Unten schon. Ernsthaft? Einfach weiter latschen. Durch das Labyrinth. Ach man, lenkt mich doch. Ich hab doch keinen Bock auf dieses scheiß Labyrinth. Äh, auf dieses Scheiß. Dominic, hast du schon diamond gefunden? Hier hinten. Hier hinten ist nichts. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der einfach ganz am Ende ist. Ich guck trotzdem weiter. Wenn ihr einen gefunden habt, sagt mir einfach Bescheid. Ich hab jetzt... Ich hab den Checkpoint aktiviert erstmal, ja? Ja. So, hier. Habt ihr schon einen gefunden? Okay, ich weiß, dass es weitergeht. Dominic, habt ihr den diamond? Glaub mich. Obwohl, wenn er sagt Still no diamond, wird's wohl heißen, dass wir... Dass da überhaupt kein diamond... Ich weiß, dass es weitergeht. Kommt ihr her? Ja, ich weiß. Wo lang? Runter. Ja, wo seid ihr? Unten. Ja, wo seid ihr? Unten. Äh... Wir sind einfach immer weiterregend. Soll ich hochgehen? Soll ich mal weiter und jetzt genau die Treppe, die Leiter hoch, ja? Genau da. Ernsthaft? Bin ich so inkompetent? Ich schaff's einfach nicht da hoch. Oh. Wir müssen... Wir müssen... Ich glaub, das ist ein Jump'n'Run, oder? Ja. Ich schaff's einfach nicht auf diese scheiß Säule. Warte. Geh weg. Ah, ich hab' ne Idee. Nächstes Mal, wenn du's machst, schieß ich dich mit dem Pfeil ab. Komm. Fuck. Ja, das könnte echt funktionieren. Hm. Komisch. Hier ist schwarze Wolle. Ich hol mir mal das Feuerzeug wieder. Das ist ein Feuerzeug. Ja, das haben wir grad vergeudet. Deswegen ist das kein Cheapen. Warte. 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 Das wird lustig. Boah, ich lauf mal wieder nicht. Ich glaub, ich kann nicht zu euch zurückkommen, ne? Ähm. Wolle ich jetzt warten, bis es verbrannt ist? Ähm. Warte lieber, ja. Das ist doch Black Hole. Du kannst das Feuer doch ausmachen. Achso, das ist Obsidian, oder? Ja. Keine Rolle. Das ist keine Rolle. Gut, dann tschüss. Warte. 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 Vielen Dank.